Sais, ohne zucker Sais, es ist ausgemacht Sais, ohne zucker Sais, ohne zucker Sais, es ist ausgemacht Das war so, ich mache jetzt das Album, ich nehme 10 Samus und ich werde die Releases. Das war die ganze Zeit am Arbeiten und du hattest, was daraus wäre. Und du hattest einfach die ganze Projekte dabei. Genau, und der Reto, der hier aufnimmt, hat auch mit dem Prince zusammengeschafft. Wir haben jetzt hier vorne die ganzen Mikrofone, wie ihr seht, die Bühne mit den Musikern, die wir spielen werden. Wir haben Schlagzeuge, wir haben Gitarre, wir haben diverse Synthies und Keys, wir haben den Flügel, der live gespürt wird. Der Signalfluss vom Mischpult, für die, die nicht klar ist, ist eine Inline-Konsole. Das heisst, man hat die Möglichkeit, zwei Gleise zu schaffen. Also wir haben einerseits hier kleine Faders, wie ihr seht, und hier haben wir eine Fader-Sekretion. Das heisst, wenn wir das Signal hier aufnehmen würden, was ja nicht der Fall ist, aber einfach, damit ihr das wisst, würden wir hier ein Signal hinein, da ist der Vorverstärker, der Pre-Amp. Da kann man auch Phantom Power geben, man kann die Phasen kehren. Dann gibt es hier eine Sektion mit einem Kompressor, mit dem Channel-In kann man das jeweils inserten. Dann gibt es eine EQ-Sektion mit dem parametrischen EQ, das ich bereits erklärt habe. Hier gibt es Sends, da kann man auf einen Hull schicken, das machen wir heute auch. Da kann man zum Beispiel externe Hull-Geräte, das ist bei den Lexikonomen hier, wo es übrigens auch ein Plug-In gibt für UHD. Genau. Und was wir auch noch haben, das sind Hull-Platten. Ich weiss nicht, ob euch das auch noch etwas sagt. Und dann sind auch eigentlich beide Vorteile vom digitalen Editieren und vom Allerüberhalt. Aber jetzt rein so, wir brauchen auch sehr oft Plug-Ins, weil das ist so gut mittlerweile das Zeug. Natürlich ist das der Real-Dealer. Wir machen sicher zwei Sätze, die wir machen, geniessen es. Heidi Happy und Band. Dankeschön. Vielen Dank. 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 So. Es ist immer Anna-Kin, Anna-Kin, aber nicht Anna-Uhr oder auch immer so. Das kommt gut. Ja, ja. Das ist ja mit ... Wir müssen aber auch sagen, es ist magisch hier im Urn. Und ... Die Bahn läuft, wisst ihr das? Die Bahn läuft, wisst ihr das? Das könnt ihr nicht sehen, was! Ich bin noch einекс causales Sch Grid, in Fried mim. Du bist neumen voll nur mit dir, nur mit dir, und komm schon sicher. Alle Sch aquellos, dass ich so PETER wirklich mailen kann. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017